Es gibt ein Ding, das jeder kennt. Und ist er noch so abstinent. Es geht ihm stehen und einsitzen. Und mancher tut dabei auch schwitzen. Das Ding ist hart und doch geschmeidig. Und ist mir dieses Ding mal neidig, packen wir es einfach ein, bis zum nächsten stelle ich ein. Das Ding muss manchmal sehr viel leisten. In einer Öffnung nutzt es am meisten. Doch muss das Ding dann ganz weit neid. Dann klappt die Sache. So soll es auch sein. Die Zentimeter sind auch wichtig. So 15 wäre in etwa richtig. Man hat auch welche schon gesehen wie 20, 30 und auch 10. Die Regel ist, das passt auch jeder. So etwa 15 Zentimeter. 5 für drinnen, 5 für draußen und für hin und her zersausen. Doch nicht zu hastig. Sei nicht dumm. Sonst wär das Ding am Ende noch krumm. Das Schönste muss das Ding halt kaum. Es passt sich jede Öffnung auf. Es gibt auch Leute. Ihr werdet stutzen. Die das Ding gar nimmer nutzen. Dinge gibt's. Das ist nicht gelogen. Die sind auch gebogen. Doch wenn man die dann dreht, wird die Wirkung noch erhöht. Bei großer Dinge braucht man Kraft, bis man es durch die Öffnung schafft. Doch bei dem nicht mehr allzu klar ist es leider oft zum Waren. Freunde, ich bin kein Revoluzzer. Ich zeige euch jetzt mein Flaschenputzer. Wer bis jetzt aber gestutzt hat noch nie eine Flasche geputzt. Was ich soeben vorgebracht, wofür ich nicht als Fägerlei gedacht. Adela!